guten tag hat er gesagt ja was macht man jetzt mit den kleinen kirchen hier in den sekt das sind tunnen vor staub wie verwenden kann ich damit verwenden ich weiß ja nicht erst mal gucken ob wir hier irgendwas neues haben gehirn rein ob das nicht schon zu spät ist weiß ich auch nicht die lagerkiste die sehr interessant so zieht können wir da machen das haben wir sogar um mit halle das würde ich ja gerne mal wirklich mit halle ja und da so wird schon sagen kann ich machen wir die nämlich schon mal lernen und sonst so ich weiß nicht mit diesen kleinen typen weil ich da machen soll vielleicht soll ich den da reinsetzen ne ich würde sagen wo sie denn vielleicht müssen wir hier so eine art dings finden weiß ja nicht ich weiß auch nicht ob das hier jetzt so cool ist kann ich denn hier noch mal was gucken to do liste complete list activated hier tracket bei denen optional vernichter über natürliche auswählen und ergebung um die strahlung sorge ja das hier das wäre ganz gut oder hier den hier eine booster um die tunne zu betreten erkundet das gebiet und findet den virenträger also da fehlt ja unten denn noch was also irgendwie muss ja denn was fehlen da müssen wir denn noch mal rein ja aber den kleinen weg erstmal hier so rindlipsen damit er doch da weiß nicht ob wir hier leben brauchen essen trinken schlafen wollen wir auf jeden fall eine runde polymere polymere ja mit einer richtig geilen ordnung werde doch ein bisschen was anderes habe ich aber nicht deswegen machen wir das hier die stelle nämlich noch mit explizit nämlich nicht mit die metalle hier denn noch mal raus ich hab ja eh dann drinnen denn noch was ne ich weiß jetzt nicht ob ich so viele flaschen bei brauche aber vielleicht brauchen wir das ganze hier doch noch mal irgendwie darf erstmal einen round dazu eten haben wir ja auch noch und sonst müssen wir dann da oben dann noch mal gucken würde sagen an dem weg wurde dazu den zu den also das war da immer so gekennzeichnet mit science oder keine ahnung irgendwas muss es da ja geben die haben wir ja auch noch richtig viel shit drinnen alle bringen wir nachher runter auch viel viel biomasse was ja eigentlich relativ cool ist mal wenigstens drei stopp machen und wir können ja eh denn größere dings bauen größere lager also die kisten vielleicht schaffen hat er auch irgendwann das schiff ein bisschen noch geiler zu bauen irgendwann müssen wir das ja geiler bauen weil wir dann ja höher weiter tiefer müssen aber bewege ich mich hier oder warum wird die sicht so so also ob hier konnten wir ja überall nicht lang das war ja das hier das hat war schon mal hinten gelaufen sind glaube zumindest genau hier waren wir glaube ich hinten schon mal durch ne die war denn nicht mehr böse das hatte ich ja alles mitgenommen fast alles mitgenommen konnte ich die kiste lernen ja wenn alle zu blöd sind zum springen dann passiert das hier okay hier geht es ja nicht weiter traurigerweise man sieht hier ab und zu mal ja ja also hier ist noch ich würde schon sagen was zeigt er mir denn an aber das ist natürlich hier was schönes ich bin ich da nicht rein aber na ja wenigstens ein bisschen was so war ich denn hier schon mal großer c2 weiter es gibt ja doch ein paar wege die man hier noch so gucken kann hier ist auch noch eine leiter kann ich nicht nehmen das ist ja guck mal aber teigen jetzt hier ich habe gar kein wasser mitgenommen ist natürlich ja verstehe ich nicht wozu bin ich denn jetzt wozu habe ich das lose geschossen okay aha aber das kennen wir doch alles schon der müsste jetzt wieder feindlich auf mich reagieren den brauchten wir auch für irgendwas noch ich nehme mir erst mal mit irgendwas war damit und was können wir bauen glaube ich damit so also das sind hier sehr sehr alle verzwickte wege und gar mal so aber zuerst mal jetzt hier nicht so ist so eine kacke kein kein essen für mich doch ich habe doch was ich habe auch was zu trinken er hat das habe ich jetzt gar nicht gesehen okay das ist ja schon mal gut aber das war wenig essen und wenig trinken so also er sagt ja hier guck mal da 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 und jetzt kletter ich einfach mal nach oben wo muss ja dieser beschissene weg lang gehen und da voll komisch das kennen wir ja ja alle schon wo ist der weg hier naja stimmt da war ja oben aha und hier geht ja noch einen Schritt nach oben ne das kann natürlich sein dass ich das gar nicht gesehen habe in meinen überdrüssigen hier ist ja noch nicht da ich trau dem braten hier gar nicht wie das wart ihr schon ne 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 mein freund das kann es doch nicht gewesen sein hier wo ist dieser beschissene weg ich verstehe auch nicht vom sinn her dass wir ja runter müssen und dann finden wir ja auch nichts also hier haben wir jetzt eine neue sache gefunden das ist total toll ja ja nur wegen jetzt so ein bisschen durst also klar wir können jetzt erstmal wieder so sachen sichern das kann ich schnell machen alleine das ist jetzt nicht das problem aber gut ich trinke dann bin ich gleich wieder da dann müssen wir nochmal in die tunne gehen obwohl wir auch mal noch kurz gucken können hier mit den koriander was wir damit nochmal machen könnten glaube ich das ist ein explizit ah das können wir mit noch synthetische machen das machen wir auch mal ja den haben wir wenn ich es finde kein synthetisches mehr und ich glaube hier fliegt auch selten irgendwas rum ne gleich ja das kommt wir nehmen die einwand mit hier aber jetzt hier hinten ein schnauze voll so da ein bisschen was haben hier an den guten stuff so weit können die gar nicht wegfliegen hier dankeschön das reicht ja erstmal für den anfang dann können wir das nämlich auch mal expliziten äh lernen und machen so und dann müsste ich mal gucken was war denn hier wo i an da research finalized hm hier auch nicht hä wo ist denn dieses koreaner bin ich denn blöd denn wir waren rein rhetorische frage komisch ach da naja ich wollte schon sagen wissen gar nicht mehr wo das ist ne gut dann können wir das schon mal machen ich kann mir schon mal ein bisschen was zu trinken holen hier ach so ich hab gar nichts zu trinken ich hab auch hier nichts zu trinken ich hab auch gar nichts genau haben wie ein mäuschen kein trinken gemacht kein kein nix gemacht also klar wir können jetzt ja erstmal das hier trinken damit die heilung ein bisschen höher geht jetzt kann er das ein bisschen dadurch rödeln das denke ich mal auch nicht so schlimm ich weiß nicht ob wir ein bisschen bio treibstoff herstellen kann ich das wenigstens wegdrücken he 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 oh was auf hier ist okay ich hab's verstanden ich hab hier ja nichts ist ja okay so das ne das verrottet ja eh denn hier hinten das können wir eigentlich hier mit rein machen das wird ja eh verrottet ich hab doch hier noch was zu trinken so sie ist schon mal ein bisschen wieder gut können wir die rein machen äh pfeiler ja weiß jetzt nicht ob wir da so viele mitnehmen müssen oder sowas keine ahnung aber guck mal da hab ich ja auch noch drehe manchmal bin ich blind oder blöd denn manchmal weiß ich nicht vielleicht auch ne mischung aus allen dreien sachen ne wo hatte ich Plastik hier hatte ich Plastik boah ich muss mal wirklich ein bisschen besser aufräumen hier das sieht hier voll wüst aus so gut dann würde ich sagen hätte er hätte Fahrradkette dann können wir eigentlich eigentlich könnten wir weiter aber ich glaube ich muss hier mir noch ein bisschen was zu essen machen denn auch eh mal gucken noch mit der Köder ähm was wir denn da so schönes noch herstellen können also würde ich dafür brauchen einfacher Köder ist ja klar so der so das wird nichts der ne wird auch nichts hab keine Sonne lohnen aber die halten länger die Köder ne naja der hält auf jeden Fall ein bisschen länger so ja den auf jeden Fall rein so dann haben wir ein bisschen Wasser genau ein Wasser haben wir cool dann wird es mal Zeit für eine Membran ne achso da brauchen wir unsere Plaste was wir ja sammeln können zehn ne ja haben wir verstanden den Auftrag haben wir verstanden zehnmal Plaste also ist ja kein Plaste ne aber ihr wisst schon was ich meine noch mal einmal trinken einmal essen noch mal trinken essen halt gut ja dann gehen wir rein ich will ja ich will ja noch gucken den den haben wir auch trinken haben wir auch noch genau noch einmal und ich melde mich unten jetzt jetzt melde ich mich und dann müsste er die Fahrten nicht mitmachen so wieder unten kann natürlich auch sein also das hier müssen wir als erstes nehmen ja ich hätte ein paar Sekunden warten können aber ist egal ähm ähm achso kann natürlich sein da hat das Vieh was ich hier eingesammelt habe den kleinen Hobbit da der eigentlich auch äh das so ist ne ne so hier rüber mit einer Leiter komme ich hier nach oben guck mal da sind nämlich so eine Fliegedinge da müssen wir eigentlich hin so hier hat man ja nicht so ist nur die Frage wo waren die Fliegedinge so mit einer Leiter ging es nach oben also wenn ja hier ne achso war ich hier noch gar nicht kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen ich bin ja vor so ein Einjagd war ich glaube ich wirklich noch nicht dann war ich jetzt bloß nicht hier drinnen so meine Waffe war ich muss ja mal hier ein bisschen ey ich war doch hier gewesen ey ich bin doch da nach oben oder bin ich da war ich bin doch nee ich war mal ich dachte ich sehe noch was das ist aber doof gelaufen das habe ich noch das ist echt doof gelaufen zum glück wird man ganz weit zurück ist das spiel natürlich ein bisschen luxuriös wo kommen die ganzen kristalle schon wieder her ich war doch direkt hier in der nähe habt ihr jetzt nicht alles verloren oder habe ich alles jetzt verloren ihr seid ja traurige schweine naja irgendwas muss das hier kosten wenn man drauf geht aber hier kommen wir alle da alle da und die nicht jetzt sieht aus wie so ein tisch den ich irgendwie bespringen kann ich bin bloß nicht da in der jungen war ich verlor's obwohl ich blinkt oder geblunken oder wie auch immer ja aber das kann es ja hier nicht sein also das okay ja und was zu essen haben wir sogar noch naja und hier war ja jetzt auch nichts mehr oder ich bin zu doof und finde den weg hier nicht kann natürlich auch sein aber nicht Wie kommst du ja an nirgends Uhr hin? Also die Wege haben wir jetzt schon, links und rechts. Das THV war ja jetzt für den Arsch, also wieder, das ist hier irgendwo versteckt. Was ist jetzt los?